leider ja ist ja gut macht euch mehr weg da fliegt schon wieder eine seite rum habe ich sie eingesammelt ja sehr schön eins von vieren sehr schön so gehen wir hier mal rein johnson erzählte von eurem plan wie es scheint ist der mann der mich entführt hat derselbe den ihr sucht sein name ist das ist unser skladen händler vertraut nicht seiner silberzunge eine teuflischere kreatur habe ich nie gesehen könnt ihr mir von seinem treiben erzählen mindestens 100 männer über die hälfte sind rotröcke nur für ein paar skladen der mann ist kommandant der königlichen truppen und er leitet das southgate von dann müssen wir dort hinein was mich nachdenken inzwischen kümmere ich mich um unser netz john pittker ist unser mann ich bringe euch zu man dass sie immer alle schubsen müssen sequenz 2 der soldat ja und dann starten wir mal gott sei dank schon einmal die eine notiz gefunden frisches kanonenfutter dann rein da wie habt ihr das gemacht habt ihr vergessen so ich stehe unter befehl von general brett wenn ich nicht für euch arbeite natürlich ich weiß gar nicht mehr wie das hier war ich glaube beim letzten mal wo ich das gespielt habe ist das hier in einem ganz wilden gemetzel geendet diese taten sind verräterisch warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte wolltet ihr euch denn ankündigen oder dachtet ihr eure ankunft bliebe unbemerkt ihr bitte eine erklärung aber natürlich ich würde zu gerne eine höhe ich bin nicht desertiert sie ich bin hier auf kommander ein hastes befehl zeigt mir einen brief mit seinem siegel und euch bleibt der galgen erspart so etwas habe ich nicht die natur meiner arbeit sie sie wird besser nicht zu hier gebracht hey general brett ich sollte wohl nicht überrascht sein wölfe wandern oft im rode master pitkern wird nur für ein paar wochen weg sein ich bringe ihn zu seinem posten zurück wenn unser werk verbracht ist zweifellos das werk des teufels schlimm genug dass meine vorgesetzten mich chance für euch abstellen ließen von diesem verräter war nie die rede den bekommt ihr nicht edward seid doch vernünftig wir sind hier fertig geleitet die herren hinaus tja das lief nicht ganz wie erwartet komm zu glauben dass ich ihn einst Bruder mannte was nun sie werden uns verjagen wenn wir umkehren das war es hier für uns wie ist das glück will für sie auch kommt mit was plant ihr jetzt master pitkern zu entfügt was ihr werdet sehen nun wenn ich das signal gebe lenkt ihr bradocks patrouille ab und lockt sie in eine sackgasse die 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 bewohner sind zu die werden viel eher jede gelegenheit ergreifen um ihre familien zu ernähren mal d hey was denn jetzt wie können die mich denn entdeckt haben Ernsthaft? Die Kirchen spenden den Obdachlosen Trost. Gott schütze den König! Wo sollen wir... Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien zu ernähren. Ich bin in der Trinity Church in New York, die Errichtung eines King's College reseniert. Gott schütze den König! Der Posten, wo ich die Erde breite, hier erhältlich! Der macht das Geschick, der isst da was, sehr gut. Ist Tom Harley der richtige Ansprechpartner? Der französische Kommandant... Der französische Kommandant... Der französische Kommandant... Echt? ...mit königlichen Truppen... ...im Ohio Territorium... Ach, das war's schon, okay. Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg! Hehehehehehehehe! Ich mach! lasst ihn gehen edward lasst uns gehen und schon peter mit uns meine autorität lasse ich nicht untergraben ich auch nicht legt sie alle in ketten ja Was ist das? Ich zügele meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen? Ihr seid frei, John. Verräter, geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an und liegt ihr irgendwann gebraucht? Ich verraute, ihr habt schnippe Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Hm. Naja. Lässt sie mich immer schubsen müssen. So, hören wir uns mal an, was die da oben dann zu sagen haben. Das Haus geht infiltrieren, okay. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysse äußert sie. Und sie wer? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lässt mich erklären. Wir dringen Silas vor ein, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Rieskant, rieskant. Gefällt mir. Dann, lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvo benötigen. Der Konvo sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie gut vorbereitet treffen. Der Boston Weekly Appetizer, hier erhält sich. Besser, wer ist das? Was ist das? Immer dies Gemetzel. Nicht bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Ihr krass seid. Verlasst euch auf die Dienste eines qualifizierten Arztes. Das ist ein Qualifizierter. Wie viele Männer haben uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das alledieren. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns, wenn ich dir. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Da hinten läuft er. Ha ha ha. Hey. Identifizieren, Leute! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Komm schon! Der Trüger! Runter von dem Kack! Sofort! Hä? Was hätte ich denn machen sollen? Das verstehe ich nicht. Ich habe natürlich meine Pistole irgendwie nicht ausgerüstet gehabt, kann das sein? Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben Sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Tom das erreden. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns mit. Zack! So, ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. So, da steht LB drücken, um den Angriff vor der Entdeckung zu starten. Ja. Dann versuchen wir das jetzt mal. Ja. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Ich kann es nicht machen. Warum auch immer. Wieso geht das nicht? Ich bin echt überfragt. Ich kann nichts drücken. Was hat das vorhaut? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigung haben Sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. So, Steinschlosspistole. Ja, 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 ja. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das ja reden. Wie ihr wünscht. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal scheitern. Aber ich verstehe, dass... Ansonsten muss ich einen höheren Spielstand laden und irgendwas mit der Pistole machen. Ich drücke LB. So, ich drücke LB, aber nichts passiert. Okay, dann haben wir das so gemacht. Da hat er den Hund getötet. Trottel. Auf eure Pasten! Ich will sie mir mal ansehen. Ich will sie mir mal ansehen, bevor ich... Sag nur bescheid, ich strecke sie nie. Alles klar, jetzt scheint es zu funktionieren. Einen Moment mal! Seid ihr neu? Greif den Fall an! Greif den Fall an! Heute triffst du den Sensenmann! Okay... Alles frei! Das hat eben nicht funktioniert. Das hat eben nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es Gott sei Dank. Ja, du wirst da mitgeschliffen. Ist nicht so schlimm. So, das halpert einmal. Halt! Gut. Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Fein dann. Siehst du? Ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Lass sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Render full. Render full. Render full. Render full.